Wir haben nach dem Preis des Westens vom 25. Mai 1996 in Krefeld gefragt. Fährt A. Vastar Carnival für Jabber Abdullah, B. Bakara in den Schlenderhannerfarben und C. Takin für den Stall Reckendorf. Sehen Sie hier die Lösung. Bakara übernimmt hier die Spitze, Indianfly fällt zurück, Bakara führt jetzt vor Star Carnival. Dahinter Liftoff mit Takin, der die Position verbessert. Dahinter außen Takadum im Einlauf. 350 Meter vor dem Ziel hat Bakara die Spitze übernommen mit Star Carnival. An der Außenseite Liftoff dabei. Jetzt sind es noch 250 Meter. Vorne ist Bakara. Bakara führt vor Star Carnival. An der Außenseite Takin mit Takadum. 150 Meter vor dem Ziel. Bakara führt. Bakara vorne vor Star Carnival. Und außen kommt Takadum. Dabei ist Takin, aber vorne ist Bakara. Bakara an der Spitze jetzt vor Takadum. Bakara gewinnt vor Takadum.